hallo und herzlich willkommen zu einer runde double down casino ja ich habe mich jetzt hier wollte mich mal bei den spiels bisschen umschauen und ich habe am anfang hier eine millionen dollar gekriegt können sie mir gleich auszeilen lol naja auf jeden fall gibt es hier bingo video poker slots roulette blackjack ach da gibt es noch mehr video poker video poker tun ja ok normales pokern und ich habe ein paket bekommen ein geschenk ok ok jetzt habe ich noch mal 125.000 dollar mehr ich würde mal sagen wir fangen jetzt mit bingo an jetzt spielen ach da kann man noch das motiv auswählen nehmen wir das las vegas motiv manuell automatik markieren dann machen wir manuell ok 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 n 32 weiter b 12 ach dann machst du auch automatisch gekauft oder ok 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 O 70 G 53 G 59 N 36 O 71 I 21 B 8 N 39 Irgendwann sage 2 Irgendwann sage 4 G 52 Ich jetzt allein gegen mich Wir haben ein Erstgewinner E 22 Wir haben ein Zweitgewinner Spielen beendet Nächstes Muster Warte Warte Achso Den Grad habe ich noch gar nicht gespielt O 61 O 61 O 61 O 61 N 40 N 40 B 8 N 32 N 32 N 32 O 66 O 66 Da ist einer Da ist einer G 53 G 54 G 54 G 54 G 54 N 35 G 55 Was von 36 G 35 G 55 Er ist ein Erstgewinner G 55 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 G 45 G 55 G 55 Bingo Lobby Ok, das war Bingo Super Ah, 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 da kommt man wieder zurück Ach, das war Ok, dann würde ich mal sagen, gepokert meine Runde Und das war jetzt gerade Bingo Jetzt kommt pokern Leck kriegt er auch gut Wechsel Wechsel Und das für Unterschiede mit dem Spiel Ach jeden Und den hier Weiter Ok Jetzt spielen So Zu den Sitz Startgeld So wenig wie es geht Hallo Beutreter Also spielen Warte hier Muss man aber noch warten Ja Ungebelicht Dann muss ich Black Shack Polett Ach Polett Ah, da ist Black Shack Spielen Let's go Gut haben Gewinnen Gewinnen Geben Ok, das sind 10 16 Ach steht ja sogar da Verdoppeln 16 Muss auf jeden Fall über 17 kommen Eine Karte Ok Keine Karte mehr 14 15 25 Ich habe gewinnen Ich habe gewinnen So Karte geben Eine zwölf Da brauche ich noch eine Karte 21 Perfekt Verdoppelt den Einsatz 2.000 2.000 Has Blackjack Mensch Jetzt verdoppel ich Und jetzt kriegt er Blackjack Precious Ok Blackjack Yes Ok Oh 1.000 Dealer Karte 15 Noch eine Oh Lust Danske Das war Blackjack Ach wir können mal Bulett schauen Bulett Let's go Jo Wo ist jetzt Mann Da und da The one 1.000 Da Wo sind 26 und die 3 nehmen wir den und und ich geh auf rot ok super 2000 ich hab 4000 gesetzt da steht da erneut setzen ach nee nichts gewonnen erneut 2 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 7 9 ok dann gehen wir mal hier raus jetzt haben wir jetzt haben wir Flakeshakes verletzt gespielt Pokern da haben keiner gespielt gehen wir mal kurz an Automaten ran hier Classic 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 11 12 12 15 15 15 15 20 1000 17 12 14 15 16 Okay, gehen wir da mal aus, weil ich gleich ganz breit bin, schauen wir uns mal das Video-Pokern an. Okay, weiter, weiter, überspringen, 30.000 mehr spielen, geben, okay, peek peek peek, ich könnte auch peek gehen, achso, halten, ne. Ich halte die beiden, obwohl es auch scheiße ist, halte ich die beiden kreuz und ziehen, okay, gehen, nehmen wir das. Das kann noch nicht sein. Oder ich gehe auf Kreuz. Oder auch Straßen Ich gehe auf Kreuz Ah So Gleich kein Geld mehr Okay Oh Ein Pärchen Ach Gubel an, das schaffe ich nicht Ach Mehr hätte ich auch nicht geschafft Oh, eine 5 Ein Pärchen habe ich schon Okay Ich füge nur eine 4 Eine 4 oder eine 9 5, 6, 7, 8 Nein, das kann doch nicht Oh, 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 oh Gehe ich auf Kreuz Oder gehe ich lieber auf Pärchen Gehe ich auf Kreuz Nein Okay So Ach, ich mache noch das Level hier Oh Schön Ich probiere auch schnell das Level zu machen Ach, ich habe das Level geschafft Ja gut, okay Dann ist das jetzt hier Letzte Runde Glückwunsch, Stufe 3 Okay Herzlichen Dank So, dann gehe ich hier wieder raus Und ja, Roulette haben wir geschaut Blackjack haben wir geschaut Poker, Video, Bingo Und die Slots Einziges erstes normal Pokern War halt keiner da gewesen Das Spiel heute Na egal Auf jeden Fall Das war jetzt das Spiel Double Down Casino Und ich hoffe, ich habe das gefallen Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Ich habe euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Tschüss 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 Tschüss